Schlagerstar Stefanie Hertel war am Dienstag zu Gast im Neustadtzentrum. Nachdem sich die 33-Jährige bei einem Skiunfall Mitte Februar einen Bänderriss zugezogen hatte, war sie nun schon fast wieder die Alte. Vor einem begeisterten Publikum gab die bekannte Sängerin Kostproben ihres Könnens zum Besten. Vor allem warb sie aber für ihr neues Album Moment Mal, das stilistisch etwas anders klingt als ihre bisherigen Songs. Neben der gewohnten Gute-Laune-Musik finden sich auch Soul-Anleihen, Balladen und Chansons auf dem Album wieder. Im Anschluss gab die 33-jährige Ex-Freundin von Stefan Moss eine Autogrammstunde.